Jörner der Hersteller über die Waube ich bin oder wohl Geist ich bin immer noch erkältet von letztes Mal leute um Gottesdienst schwer aber gut und der ich versuch ruhig wie möglich zu zocken ihr merkt sehr wenig von ihrer ich reiche manchmal deswegen wie mein Hals und so ja mit Kupen kommt die Bedingungen komm komm ey ey nein 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 ey das ist unfair Wallah ich schwör das ist unfair ich schaff mir easy Allah let's go aah mashallah wieder schön zu fangen was sagt ihr dazu komm her ey Allah nö nö mensch hier 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 dankeschön wo das ey nein 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 ich schwör du oh ich schwör auf meiner Mann du bekommst nichts geh mal weg hier was meine komm komm bis jetzt hat keiner oh mein Gott einfach einfach nicht krass rein jetzt einfach nicht krass rein da fällt einfach um also schäme Unverschämtheit weg oh ne jetzt haben die die Habe ich eine ne schade Lack Lack ey das ist ey ich hab ich hab immer noch 40 Sekunden Zeit Mensch ah der Grüne hier braucht ein bisschen Job hier lass mal rein ne ich schwör aha nö ey also nö ich glaub schon den blauen hier oh nö wer hat das hinbekommen oh danke tschüss hehehe hehehe Digger einfach geklaut hier so wenn ich einfach im Kreis passiert nichts hoffe ich mal so lass mich links abbiegen ach da passiert nichts oh ja es passiert was hier oh Gott wir verlieren oh mein hä ach so lol allerletzte Sekunde GG so komm 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 5 Sekunden können wir halten komm ja wir gewinnen GG GG ja man mashallah oh Gott das ist jetzt die schwierigste dritte Runde Allah was ist hier los Allah Allah nein 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 ey 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 lass mich mal lass mich mal lass mich lass mich weiter es wird schwer oh mein god oh mein god jetzt wird ein bisschen schwer hier oh mein god es wird nass es wird nass Oh mein Gott Komm Schaffen wir Easy Bis jetzt Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Jetzt kommt das Schwere, jetzt schwitze ich Ja, wie gesagt Jetzt kommt das Schwerteil, jetzt schwitze ich Also Oh mein Gott Oh mein Gott Nein, warum Ich bin einfach so schlecht zu balancieren Bei solchen Scheiß Ist egal, jetzt Wir fangen einfach mal neue Runde an Let's go So, nächste Runde Auf jeden Fall, ich habe meine Skin geändert Wie ihr seht, ein Horn hier Mit Rot und so Bisschen lila, bisschen weiß Rosa, schwarz Passt, ne Bisschen Ah, ne Jetzt fängt schon an, ne Maschallah, Bruder Ey, spring Alles war überknapp Und spring Und spring Oh mein Gott Oh mein Gott Komm Komm, wir schaffen das Zum Ziel zu laufen Ah ja Junge Ich hasse erkältet zu sein Man hat Man ist Immer im Unterricht Ruhig Wisschen, wie ich meine So Wenn man auch zockt Ist man immer ruhig Und so Da kann man nie so Stark ausrasten Wisschen, wie ich meine Wie immer so Ah Wisschen, wie ich meine Man kann doch Also Jeder Mensch ist anders Wisschen, wie ich meine Man kann doch schreien Und so Aber dann bekommst du Übeln Kopfschmerzen Oder Nasenschnupfen Wisschen, wie ich meine Ihr kennt ja Wenn man Erkältet Ich muss ja Euch jetzt nicht erklären Wie man Erkältet Sein muss Oder Wie man das fühlt Also Dann ist es Komplett Ja Alla hier Papagei Und diese Ah Es hat ein bisschen Geleckt Ich weiß nicht warum Aber Ein Einhorn Scheiße Komplett Verkackt Hier Man Jetzt bin ich Keine Ahnung Digga Ich hasse Das Letzte Zu sein Ja Alle Quitschen Corona 1,50 Meter Abstand Hier Also Packt's Hier Mundschutz Wo ist Mundschutz Tragen Alle Mundschutz Tragen Ich stelle dir vor In neun Tagen Gibt es ein Abdecken Vollgeist Alle müssen Mundschutz Tragen Das war Wieder Komplett Digga Wenn man Vollgeist Mundschutz Tragen Muss Um zu zocken Oh mein Gott Ja Schaffen Easy Easy Oh mein Gott Aber easy Aber wie knapp Wie knapp War das Leute Schätz mal Genau 10% Nicht Passt 90% Knapp So Auf jeden Fall Das ist bisschen leichter Kann man ein bisschen Die Sachen merken Ist die Kirche Unser Lieblings Banane Kirche Banane Ja Kirche Banane Nur Okay Egal Können wir einfach Freilaufen Hier Kirche Banane Oder so Kirche Und Banane Hier Banane Hier ist Kirche Ja Banane Bleib schon Banane stehen Hallo Hier ist Banane Wer will kaufen Kostelos Kostelos Alle draufstehen Alle Hä Wie ist er hochgegangen Ist er gerade gespawnt Oder Oder bin ich gerade behindert Hier ist die Kirche Wassermelone Mango Okay So Okay Ja easy Easy peasy Genau Alle Apfel Oder Mango Wie das ist auch immer Apfel Apfel Genau Apfel zu Banane Mashallah Anas Man kennt Ich bin es Wie gesagt Ich kann alles Wassermelone Aller Daten Geines Kin Hier Junge Geil Weintraub Ist hier Alle zu mir Wer will Alter Alter Wo läuft die Ach hier Also Jetzt Das erste mal Nach dem update Ist ja was neues Hier gekommen Wie ich gesagt Ob hier was Geändert hat Keine ahnung Auf jeden Fall Aber Ist irgendwie Ein bisschen schneller Geworden Ich vermute Oder neue form Bestimmt Ist gekommen Das könnte sein Oh Gott Oh Gott Oh Gott Das ist so knapp Jetzt Oh mein Gott Oh mein Gott Digga Digga Das kannst du einfach Keinem erzählen Keinen Kein erzählen Das ist einfach nur Schwachsinn Ja Leute Das war schon mein Video Hoffentlich schon gefallen Lasst ein Like da Abonnieren Mein Kanal Und bis zum nächsten Mal Peace Out Out